Vielleicht weiß Taylor, dass er so'n Ding im Kopf hat. Ja, wer weiß es? Vielleicht weiß er es, ja. Aber ich glaube eher nicht. Hm, ich glaub schon. Der ist ja nicht dumm. Hm? Vielleicht verteidigt er es sogar. Willentlich. Totospiel nochmal. In Kairo wieder. Hm. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Mich auch. Ja, mich auch. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte töten sie mich nicht! Oh! 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 Die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da wirst ... Aber die waren rot? geraden aber die waren rot ich habe mit schild abgeschossen für hinten ja ich auch sobald gehen wir zur sicherheitsstation ok ich schaue sie um ich habe dann zuerst danach geschossen das glaube ich nicht machen die die voll kaputt so was die kalil denn der general hakim hält eine rede auf dem balkon vergiss nicht der angriff muss brutal sein eine botschaft ein symbol der stärke also die dürfen wartet auf den tod von general hakim schneiden den kopf ab und der körper vernichtet sich selbst ich habe das gefühl gehabt dass das funktioniert was schon wieder ein rabe tut was nötig ist doch mir ist kalt es ist nämlich eiskalt drei morgens wie kalt weiß ich was grad warum ist das nicht bürger von kairo das ist eure chance holt euch eure stadt zurück das nrc ist nicht das einzige das verwirrt ist ich glaube die hören den gar nicht die ballern da sich die uhren zu ich glaube das ist ihnen scheiß egal na was machst du da an der waffe hältst du ihn fest ist aber nett von dir dass du ihn nicht gleich umbringst nicht töten er ist doch unschuldig er hat sich doch ergeben das sieht so aus kann ich gar nicht töten wir sind öfters drauf ich glaube meine erfolge ist gegen menschen recht nutzlos mann kaili wieso schießt du denn auf mich kaili hat damit meine richtung geschossen habe ich gedacht der werden feind pass auf in dem bereich gibt es zivilisten ja nicht mehr ja geil die sind schon längst tot und das kommt immer noch der mobile laden vor dir verstanden bin dabei da kommen sie erledigt die das ist echt verwirrend mit der kai kopf ja vor allem weil die immer wieder das gleiche aber ich habe es einfach angesagt wir werden bestimmt naja du hast es bestimmt kontrolliert oder wir stecken immer noch in der simulation hat sich freiwillig gemeint bleib auf dem dach so kommst du bis dahin das kommt sie dann wo auch da wo bin ich denn jetzt keine ahnung der meint beteiligen ok es geht nach oben bürger 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 warte ich kämpfe an der seite meines volkes schalte die mobilen läden unter dieser ebene aus dann hast du genug zeit in taylor zu schnappen na los zivilisten voraus pass auf es kommen noch mehr energie sie verriegeln die tür ich scanne nach optionen na auf gott bürger das war ein zivil das verdammt so wäre gerade vorbeigegangen blöbel zivis ey ich hör da was oh gott du brauchst ein rad du gehängst mikrofon ich bin voll hehehe ist das geil wer warte ne ne ...ja schieß einfach drauf Ich war gerade beim Hack ausreden. Ich habe Notfallverserung, keine Sorge. Ja, ich seh's. Hehehe. Kann sie einfach überladen? Ja, ich kann sie. Der Luftschacht führt zur Sicherheitsstation hin. Ich muss mich schon wieder entspannen. Bäume! Wirklich? Mehr hast du nicht? Du bist nicht drauf! Verdammt! Ganz ruhig, Hendricks. Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Ach so. Er hat Probleme, die Realität von Hack zu unterscheiden, oder wie. Okay. Das passiert genau aus der Gegend mit uns. Moment, hä? Warum ist das jetzt passiert? Was? Ja, mit den Wänden. Was kann das passiert? Der Schacht direkt vor uns. Zumindest konnten wir sie überraschen. Konnten? Du meinst können? Können. Meine Name. Können. Jacke. Feinde auf beiden Ebenen! Ausschwärmen! Überraschung! Überraschung, ich habe deinen Arm weggel... Was auch immer. Was? Was? Benutze die Konsole und bring mich ins System. Hack die Konsole. Hier ist übrigens ein Tailor-Abzeichen. Tailor-Abzeichen? Ja. Hier ist eine Munitionskiste. Na, sollen wir hacken? Was ist das denn? Überraschung. 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 Kaputt. Ah ja. Aufstände. Mobile Waffenkammer. Tack da mal. He 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 he. Viel besser. Khalil, bin drin. Kane, wie wäre es wenn du aufhörst vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentriere dich Hendrix. He he he, ich schreie den voll an. He he he. Das ist schön. Happy, Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Festgehalten. Ich dachte, die beschützen den. Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße. Kann er... Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber. Was macht er denn da? Reden. Was war das jetzt schon wieder? Das, was Taylor in seinem Kopf sieht, oder was? Wahrscheinlich. Das ist alles so verwirrend, mit den Cutscenes. Ja. Durchbruch! Ja, ist gut. Würdest du diese Dead-Systeme abschalten? 30 Sekunden, haltet durch! Die sind doch schon ausgeschaltet. Was will sie denn? Oh Gott. Motorräder. Am, 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 am. Lieutenant Kalil, Dead-Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Dingo. Das ist Dingo. Ja. Oh, Dingo. Warum nicht? Ey. Willst du nur testen. Ich will es nur testen. Boah. Alter, was ist das Problem von dem Ding? Gute Frage. So eine KI-Reag... Feuer einstellen! Ägyptische Truppen seilen sich ab! Handelt doch normalerweise mit Logik. Oder? Eigentlich schon, ne. Alter, was zur Hölle? Ägyptische Truppen, ne? Ne, die haben jetzt ehrlich gesagt, sie seilen sich ab. Das sind keine ägyptischen Truppen. Na, danke schön. Nöt. Die Zimira. Das haben sie einen übersehen. Das ist unglaublich. Was zur Hölle. Ich habe sogar eine Trophy dafür bekommen, dass ich so viele Typen getötet habe. Scheinbar. Was ist, was ist jetzt passiert? What denn? Äh, ich habe... Ja, egal. Ist schon. Du spinnst. Du hast die KI in deinem Kopf. Ja, wir waren Kontrolle. Wir machen komische Dinge. Input lag. Input lag, man ja. Kält man ja. Das ist die KI, die versucht... Ja, zurück zur Sache. Wie kommen wir am schnellsten zu Taylor? Der Laden fährt rauf in den 90. Stock. Jetzt ist es ja vom Spiel. Alter. Moni! Beweg mich jetzt nicht. Ich guck mich nicht. Achte auf Hendrix. Er steht neben sich. Verstand. Wie bist du es? Die armen Schweine. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Wir glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In sechs Monaten erleben wir eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Alter. Jetzt geht's wieder. Hier müssen wir wohl raus. Wo sind wir? Scheiben wir. Kurz vor dem 88. Stock. Hui. Der Zugang zum Nachführen nach draußen. Das ist aber wirklich als Sarah Croft. Was auch. Den alten 2-Bread erteilt. Hui. Hui. Sie sind direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Genau so macht man das. Nein, nein, nein. Wir gehen gleich durch die Gegend. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Hier wieder. Das ist gut. Aber. Überall. Gegner. Oben. Und unten. Eigentlich einen oben. Obergeschoss. Nix im oberen Geschoss. EMP. Hab ich nicht. Klar. Der Boden. Achso. EMP-Granaten. Jaja. EMP-Granaten. Was hält ich mal? Wiederholen. Ich kann da leider nichts übernehmen. Huch. Wollt sich einer durch. Zuerst sterben. Extra. Der Oma. Los. Glühen wir mich hin. Huch. 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 ich könnte mir dmp ausschalten und das was nur kurzzeitig das ist ja nett kommst du damit auch da hoch oder ich habe auch ganz wichtig rechts vor ich habe gewartet bleibt mir kurz stehen oder in deckung sehen es ist logisch dass du gepostet was dein körper war auch immer weg das wissen wir das ist was ich bin grad mega verwirrt warum meine denken denken die gegner sie werden von der luft angegriffen die idioten glaubt mir das wissen wir das wissen wir ja alter glaubt mir immer mobile waffenkiste was haben wir denn da jetzt hey ich bleibe gerade dingo razorback wieder mal ok sie hat die mp granate mp granate also du hast das geschützt schon übernommen taylor hat den zugriff auf den türen blockiert versuche es auf einem anderen weg toll können sich zum ziel zugang gewährt verstanden wir sind fast da ich habe was besseres gewohnt als was zum geschütz die weniger nehmen kann am panzer das ist doch nicht besser als ein geschütz ja der kann rumfahren ja gut der ist fast kaputt ja gut der ist fast kaputt wie achso wo müssen wir hin nach da herunter in den fahrstunden huch sowas taylor ist durch die tür los wie los na gut hochstoß taylor oder 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 nicht Du kennst mich. Hendricks. Ja. Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert! Taylor kontrolliert sie! Sie explodieren gleich!